Musik So, nachdem wir beim letzten Mal hier diese drei, ähm, Schalen mit den nötigen Materialien gefüllt haben, ist da glaub ich die Tür aufgegangen. Jep, und da gehen wir jetzt auch hin. Ähm, oh weh, solche, ähm, rausbrechen, los. Ah, die andere Tür, uoooh, das war knapp. Ähm, so, ähm. Und was haben wir hier? Hier muss ich zum Glück nicht hin alle drei schießen. Oh, da ist ein Hund, da sind zwei Hundis. Ach, hier habt ihr nacheinander angeschossen? Okay. I don't care. Wenn's passt. Ähm, so. Mal wieder so labyrinthartig, so ein bisschen. Ähm. Da geht's raus. Und hier haben wir noch ein großes Minipack. Das ist gut. Ich hab eh schon... Oh, 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 Gott. Dreckshunde. Dreckshunde. Ich bin scheintot. Ich bin scheintot. Okay, das Level schaff ich noch. Pff. Keine Ahnung, was da überhaupt noch kommt, also. Wenn jetzt irgendwas Böses kommt, dann bin ich natürlich tot, aber. Wir werden sehen. Uah. Der einzige Skorpion könnte mich schon töten. Ähm. Hä? Äh, ich hab hier die Speicherwut, ich weiß. Äh. Jetzt bin ich auf der Seite. Komme ich so rüber? Ja. Da bin ich mal reingekommen. Und hier? War ich noch gar nicht. Huuu. Dö, dö, dö. Ah, nein. Die hat mich getroffen, aber ich lebe immer noch. Ich bin mehr als Scheid. Ich bin Gott. Na, hier unten werde ich eh nicht überleben. Hier unten kommen eh wieder Schakale von der Pro. Also zumindest kamen hier immer welche. Aufnehmen. Da ist... Nichts und da ist auch nichts. Gut. Dö, 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 dö. Noch ein Skorpion. Keine Schakale mehr? Ich bin leicht enttäuscht. Aber auch nur leicht. Jetzt brauche ich, glaube ich, das Medipack. Ja. Na, hätte der mich nicht getroffen, dann hätte das, glaube ich, auch geklappt, aber... Na gut. Ähm... Nein da. Hm... So... Mann, wie viel Gänge sind denn das noch? 99? Da geht es einfach tiefer hin. Und da liegt nun Medipack, gut. Äh. Die kommen auch von überall. So. Jetzt brauche ich wieder den Revolver. Nein, die Nummer war es nicht. Das war's. Und... Dann war noch ein dritter Ei. Aha. Nicht hören, nicht sehen. Nichts sagen. Falls ihr es nicht erkennt, der hättet die Ohren dazu. Da sieht man eindeutig, dass die Hände voll im Auge sind und... Da vorm Mund. Naja, das erkennt man eigentlich. Finde ich. Aber was es mit den Aufsicht hat, weiß ich gerade nicht. Ziehen wir einfach mal mit der Brechstange. Ich habe mich... Egal. Ach so. Und der macht jetzt keinen Ton, oder wie? Ah, ne. Der hilft mir. Warum der mir hilft, ist mir ein Rätsel, aber... Hm, hey. Oh, nicht die schon wieder. Wie viel davon kriege ich denn eigentlich noch? Da kommen doch bestimmt eh gleich wieder Schakale, oder so. Ich ahne das doch schon. Ah. Weiter nach oben. Oh. In welchem Level bin ich jetzt? Die große Pyramide. Mach ich da nicht schon mal? Ach, keine Ahnung. Das ist doch eh alles gleich. Also irgendwie zumindest. Hier ist ein... Whatever. Medipack? Ja. Ja. Da ist... Da ist... Schrotmoni. Und da geht's raus. Och, nö. Geht wie ein anderes Nerven. Ernsthaft? Geht wie ein anderes Nerven. Nicht mich. Tür. Auf. Das war so klar. Das war so klar. Ja. Ist okay. Ist okay. Okay. Wenn da jetzt auch einer hinterher ist, habe ich ein Problem. Wie ich bereits sagte, wenn da auch einer hinterher ist, habe ich ein Problem. Hm. Heißt. Wir nehmen ein Medipack und gucken mal, wie viel... Ach, sollte reichen. Du bist tot. Klappe oder Tür? Ich sag doch, hier war ich schon mal. Aber wofür die Klappe hin? Da schweige ich lieber, bevor ich davon gehe. Hm. 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 Gut, dass ich gespeichert habe. Hm. Geht's hier überhaupt anwohin? Nö. Einfach ein tiefes... Loch. Ins Nirvana. Nun gut. Wie die Detektion sich da erst aufbauen. Wie die Detektion sich da erst aufbauen. Und wofür war das jetzt? Ich weiß es nicht. Wofür diese Anricht... Oh, komm. Das Ding hält so viele Pistolenschüsse aus, dass es unkürzelt ist. Unglaublich. Liegt da auch was? Ja, wo zieht sie. Hüpp, 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 hüpp. Das sieht nicht so tief aus, aber ich speichere trotzdem hervor. Da ist nur ein Medi-Pack drin. Das ist die Grube? Okay. Heiß, ich muss ja hier draußen was machen. Schaff ich das? Naja, doch. Schaff ich locker. Schaff ich locker und dann mach ich so einen knappen Sprung. Ich glaub's nicht. Echt. So. Darüber. Ach, nö. Äh, 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 äh. Dieser hässliche Skarabee, ey. Ach, hier habe ich das Medi-Pack noch hier eigentlich, das stimmt. Hässlich, Skarabee, Mist. Warum, warum, befällt der mich auch einfach. ich hab dir noch nicht mal was getan also warum räfte mich überhaupt an es ist und bleibt dein Reden so so jetzt hat er nichts mehr zu lachen das wird ein Spaß wie ich bereits sagte, das wird ein Spaß wenn da schon oben Felsbrücken unterfallen warum hast du dich so schräg hingestellt Lara, warum? es ist weg wow wenn ich jetzt noch durchblicken würde, wo ich springen kann und wo nicht auf jeden Fall geht es hier beim nächsten Mal weiter und bis dahin ich bin beim Candy Angels sägert Vielen Dank.